hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns gemeinsam an wie du im power bi die anzahl eindeutiger werte ermitteln kannst bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissenstransfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los manche funktionalitäten können mit komplizierten funktionen bewerkstelligt werden jedoch geht es auch einfacher in diesem video möchte ich euch den einfachen weg zeigen wie du die anzahl eindeutiger werte beispielhaft anhand einer spalte in power bi ermitteln kannst dazu möchte ich im ersten schritt die daten gemeinsam ansehen dazu habe ich folgende beispiel datei und zwar beinhaltet diese beispiel datei in excel eine spalte und zwar position und diese position spalte beinhaltet nun etliche positionen von mitarbeiter diese können sich wiederholen zum hintergrund beinhaltet diese spalte in summe etwa 300 einträge und die zielstellung ist es nun die anzahl eindeutiger positionen in power bi zu ermitteln dazu wechseln wir nun nach power bi und ich habe dort bereits die daten von dieser excel datei importiert und habe diese nun zur verfügung nun kann ich mir diese dateien die daten näher ansehen und zwar wenn ich nun die position auswähle erhalte ich auch hier die entsprechenden einträge nun möchte ich aber die anzahl eindeutiger werte ermitteln und dazu bedienen wir uns der sprache dax in power bi dazu entferne ich diese tabelle und erstelle ein neues wertfeld indem wir die dax sprache anwenden und zwar den befehl count distinct dazu gehe ich folgendermaßen vor ich wähle einen rechtsklick und gehe auf neues measure anschließend erhalte ich nun eine kommandozeile in der ich nun die das entsprechende measure anlegen kann ich nenne diese anzahl eindeutiger positionen und kann nun den dax befehl count distinct count wie hier bereits vorgeschlagen auswählen nun selektiere ich noch die entsprechende spalte wie angekündigt nämlich die position spalte und schließe diesen dax ausdruck mit der enter taste nun habe ich dieses neue measure oder auch wertfeld genannt hier zur verfügung und kann dieses darstellen beispielsaft in einer tabelle und selektiere nun dieses neue measure und erhalte nun wie man hier sehen kann die anzahl eindeutige positionen von 24 ihr seht könnt ihr mit diesem dax befehl die anzahl eindeutiger werte ermitteln falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und ich freue mich natürlich sehr wenn ihr auch im nächsten video mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg